Ja, Moin Leute und Willkommen zurück zu Skywars mit Thomas Hallo, gib mir auch was ich hab keine Rüstung also, hier brauchst du es Verzauberte Goldpläte ist besser als Chess doch, zock ja, danke, bringt mir nichts zu machen äh, ich hab einen besseren Helm, oder? ne, gleich gut wenn du willst, kannst auch, hier ja, mach mal Holz abbauen ey, ich hab ein Speer ich hab ein Speer, ich hab ein Speer, ey, ich hab ein Speer auch wenn das Goldschwert besser ist, nämlich trotzdem, dass, ähm, Steinschwert, das hält einfach länger, ich hab Angst ich hab quasi gar keine Blöcke, nur 50, das ist jetzt nicht so die Menge direkt ah, Scheiße, der ist gesprungen wird sterben ich schub sie runter zu mir, ich bin unten Scheiße, jetzt bist du auch unten Egal, verkämpfen wir uns, wir müssen uns, nein, du musst angreifen, das ist sehr, sehr low ist egal ich bin nicht gut äh, bau mal hier zu so, ich hab hier, äh, ich hab hier meine Base, ich kann hier von hier halten das nice komm her zu mir ähm, ist es nicht, äh, das leben, wollen wir raus? ja, äh, ich hab nichts ich hab nichts, und ich hab noch nicht mal ich hab noch nicht mal voll essen warte, hier, kriegst du was oh, ich hab gar nichts, hast du Holz? ich hab, warte, brauch frei okay, da oben, oh nein, die sind zu zweit wow, ich hab auch oh, das war dumm nein, äh, Scheiße na, der klaut uns jetzt alle, schnell looten, bevor er lootet komm, hier, ich hab alle seine Sachen geklaut, voll nass und ich bin das Maschum Kids guck mal, ich mach jetzt, ich spawn jetzt die Pilzkuh äh, ja, ich hab keine, äh, Beutel, äh, keine äh, ich mach, ich mach ich fahm Holz für uns, ich fahm Holz für uns oh, Achtung, die Kuhlauf runter ich hab, ich, nein, die läuft nicht runter äh, komm schnell Kühe sind manchmal dümmer in Minecraft, als du denkst ich hab für dich jetzt Schüssel und jetzt kannst du Suppen jetzt ich kann nicht auf Fleisch wegschmeißen, kann ich ja lieber eine Suppe trinken ich weiß ich die Axt weg, die Spitzhacke behalte ich, aber ich tue sie in den den Taden die sieben Schüssel schmeiß ich auch mal weg die schmeiß ich weg scheiß auf Schüssel, ich mein ganzes Symbetars voller Suppen, ich glaub das sollte erstmal reichen paar Blöcke den Kompass TNT halt ich mal, obwohl eh, Wer hat ein Feuerzeug, hast ein Feuerzeug? nee, hast du TNT, komm komm komm, dass ihr gelang dass ??? obwohl ist ein bisschen weit weg, man kann doch nur Druckplatte einfach machen, ne ja aber lass uns erst mal ein Stück rüber bauen weil das die Insel ziemlich weit weg ja und das ist gar nicht so schlau sich so eckig rüberzubauen so ein paar mehr Blöcke hat hier ich schließe nur den aber um wenn man so baut spart man mehr Blöcke so ein bisschen Holz jetzt kann man sie machen okay ich glaube dass nun sich nicht in der Scheiße hinter uns waren welche vor er hat nicht in der Zeit ich erst ganz viele Pilzluppen nicht schnell genug verdammt einfach unendlich lange Leben und ich stelle mal vor der Letzte oder eck mal schubst man ja einen runter und man ist der letzte und springt einfach mit runter stelle mal vor er war Pilzkuh und trinkt dann schnell seine Suppen und gewinnt dann noch das war ein Buch bei mir so ich werde vor Ort weil ich werde runtergeschubst was in einer Perle und dann springt der Gegner mit mir runter aber dann checkt er gar nicht in der Perle geworfen habe ich gewonnen wir haben einmal Kicks in der Runde und du siehst er hat keine Enderpelle mehr geworfen und hat definitiv verloren dann springt so runter und er ist einfach dieses Pilzsuppenkid und trinkt einfach ganz viele Pilzsuppen und gewinnt dann noch aber man kann sich wirklich hier noch wo man das Kippe ich habe nicht tot aber man kann sich zum Ausdruck ich bin draußen er hat soll ich das dreimal schon gesagt ihr müsst wissen Thomas ist da nicht nicht der hellste hat sich das jetzt drin gelassen habe im Schnitt wo ich muss so viel schneiden an dieser Folge einfach mindestens 40 Katzen mit in einer 5 Minuten Folge bis jetzt wir werden wahrscheinlich sind dass das 20 Minuten Aufnahme und daraus werden dann drei Minuten oder so ich kann das ja wie du machen Zeitraffer Womit war mit zu YouTube also ja ich weiß nicht schneide Programme sind mehr zu kompliziert und ich meine ich habe nicht vor sowas wie du zu machen ich will das einfach ganz einfach mal ab und zu in Karte reicht YouTube vollkommen ja darauf habe ich nämlich kein Bock wenn ich jeden Tag ein Video bringen könnt ihr nicht nur erwarten dass ich dann noch stundenlang schneide dann kann ich nicht jeden Tag Video hochbringen also das war ja auch so ich ich muss hier um fast eine Kette Stunden schneiden ich hatte man ich meine Infovideos war eine Minute lang daran habe ich eine halbe Stunde geschnitten da scheiße ich gehe auch gerade hoch er hatte hier ist der Ort ist heute kann er abbauen und Brot machen oder alles ich mache uns bisschen Brot ja wenn man ich kriege keine Kiste mehr das heißt ich habe so oft doch für dich ich habe vor allem Brot für uns 8 9 Brot das sollte es mal reichen und dort den Block ja war auch hier ist ja gar nichts er ist eine Kiste oder in der Perle gut die Stadt von Gold Äpfel New York Äpfel Thorsten Helm für mich ein Häuptchen er hier durch den gibt jemanden Gold Äpfel weil ich habe keine Ahnung von Gold Äpfel und ich habe auch ich habe auch noch ein Gold Äpfel zu voll ich denke nicht auch hast auch gerade Notenblöcke gehört Oh nein ich habe hier einfach unendlich Stufen gemacht und mal hieß HB ich wollte mir eigentlich Pilze zu machen oder halbisch Stufen gemacht war auch weil ich kann Holzerbäume immer eine Axt die er nicht gibt in meiner Axt nimmt ich hab noch ich brauche nicht ich werde sie nicht mehr brauchen aber auch aber das letzte gut zum rüberbauen nur gefährlich meiner Banken die nämlich ich bin ich verheiratet ab oder den Bogen scheiße tot er hat er was ich essen wollte ob man ich habe ja noch eine Enderpelle gehabt ein gar egal hätte ich nicht geschafft ich mache es der aber zwei Pfeile verballert das heißt er hat wahrscheinlich nur noch ein Fall oder gar keinen nächste Runde nächstes Glück wer an das Ernte denkt ist verrückt jetzt habe ich gar nicht Dschungelcamp geguckt so ein Scheiß er kommt schon zurück zurück drüber oh scheiße in der Mitte seiner dann bauen uns den Nachbarn okay die wollen auch kommen hast du eine Enderpelle nee wir bauen uns zu den Nachbarn okay die wollen aber auch kommen warte ich mache mich hier ich mache mir mal eine kleine Plattform ich habe nämlich Angst dass er nicht unterschützt kannst du kurz Holz hast du Holz für mich vor der Hütte ich habe leider gar nichts ich habe nur ein bisschen Stein und das benutze ich gerade ich brauche das wegen mein Pilz suchen ich bin das ist ein bisschen rief was ich gerade mache ich einfach überbauen Prozent Prozent hast du es sind für mich um auf der Welt ist es ja so wie sind Kartoffeln wo auch eine Kartoffel mich er sagt man ja das meine ich hab du aber verheiratet kuchen um zu uns an die Metis auch nicht auf die Welt sehen da bin ich ja tatsächlich sogar noch ein besserer Spieler wollen den umbringen und dann ihn essen ich habe schon nicht was macht der Team mit der Stadt der macht jedenfalls der springt vom Balkon der Idiot er oben ist aber übrigens nichts mehr zack ich mache mir Pilsuppen achso ähm kann ich auf ah Gegner 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 komm runter die haben mich voll gehittet oh Alter ich bin tot fast ey der ist ja scheiße ich hab den falschen gehittet ich hab dich gehittet fällt mir gerade auf verdammt da wollte ich ran verdammt da wollte ich ran oder überall nicht hier hier ist noch was für dich ist noch was für dich hier sind keine Thronen mehr verdammt wow okay und jetzt ja hier sind überall keine Thronen scheiße oh nein pass auf ey hier ist ein Maschroon ne he he pass auf dass du dich nicht raus passst he 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 hey hier sind jetzt nur zwei Thronen ja sie müssen wir doch so kacke was für Dreck und dann nicht nur ach es ist ein Verzeihungstisch hast du Posten er ist nicht klar ich komme nicht mehr hoch hier gibt es ein Achtung Achtung Gegner brauchen sich rüber glaube ich ja die sind auf jeden Fall nah dran an uns also es liegt nicht ich krafte mal schnell was hast du noch irgendwas zum kraften wahrscheinlich ich habe aber ich trafte Schnellbrötchen Achtung die Gegner kommen glaube ich hier ich gebe dir mal mehr Lohn hier fressen macht von einer der Liegehaltens auch Rüstung die BG 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 B auch gut Protection Gold Protection ist immer besser als sein nicht alles ab und jetzt bitte weil die Gegner kommen jetzt kommen lassen mal die Gegner abholen ich brauche den Hass und Blöcke ja ne ich habe keine Blöcke ich glaube ich dachte die Frage hat sich erledigt das ist mal von oben auf die Runde einmal gehen oder hast du kein Wasser ich habe nur kein Wasser ich aber auch nicht schade wenn du ein Wasser hattest dann hätten wir ich kann mich machen was aber auch wir sind drüber was auch pass auf pass auf er kommt was ist ich brauche ich habe mich auch hoch scheiße gewinnt da ich brauche ich auch hoch auch wenn ich kein Wasser ab wir müssen höher sein als der und den einen runterkicken ich mache jetzt Rüstung Rüstung Fahndt weil jetzt denke ich mir Olo ach komm mal komm mal er ist schon da bei uns bleib mal stehen auf der Höhe Kürzschüsse ich muss sagen und ein ich hole mir auch auch ich habe ihn runtergekickt geil endlich Punkte für 100 Konzentriert sich scheiße ich kann ihn nicht töten ich bin kompetent Niko Vox Pass auf ich habe ihn getötet Kürzschüsse er hat er nur noch ein Herz gehabt ja liebe Leute da sind wir wieder ich bin die Truhen unten oder die Truhe und was hat er in der Pferde 10.000 so und siehne mal die Schülchen an den Helm hast du noch was er so hohe höchstchen für mich es sind erster TNT erst ich hab steht der Spitze Kassel TNT all diesen müssen drinnen was aber nicht ausgehauen und verschwunden ich wollte schon hatte ich hab ein Schattenbord und ich habe zu fänden für dich ich hab doch einen guten Prozent obwohl der Stamm ich dachte ich hab ein Goldschirm dass sie nicht genauso gut Prozent die Erschwerte die Kraft und Stierschwerter ich bin schon bei den Gegnern Wartemach Junge ich brachte uns vor der Schwerter so sind die Brotaner die Köln die Köln jetzt richtig klatschen da hast du den Skit ja Bauarbeiter ich glaube ich bin tot das ist der Köln der hat wenig Leben der Walter der ist krass nein ja liebe Leute bin wir dabei das ist prima der Euro oder ohne Euro aus euch bin ich ich habe schon gelütert ich hab schon Paluten gemacht da oben und jetzt ist es wenigstens Pilzblöcke ähm so was du machst du da ich mache und sommer machte Wanda auch rotes Pilz und Kraft der Texte das lustige ist ja wenn man ein bis zu Hause es kommt es 9 Prozent Mann ich war direkt ab die die er auf schweizert hat man auch die Verlöcke und das ist ein Arsch er auf es will und bin neben ich bin ich bin das zeigt alle Videos von auch Gegner Fakt Gegner nicht mehr Sonntag nicht mal an okay überleute das war's mit diesen chaotischen es wahrscheinlich der Hörer nicht erhält dann machst du nix das wahrscheinlich in fünf Minuten zusammengeschnitten jetzt und das war eine 36 Minuten Aufnahme nur als kleiner Beitrag da würde ich sagen aber oder nicht auch ein Leitkund durch können und die anderen Folgen die ich gemacht habe da war schon werbung so ein Videos kann man machen klar macht man so schade bis zum nächsten Mal tschüss